. . . . . . Moin. Moin. Was macht ihr da? Wir ziehen Bierleitungen ein. Das sind unsere Bierleitungen? Ach du grüne Leute. Warum ist die Norm eigentlich grün? Gute Frage. Schwarze Mamba. Und wie viele Einzelleitungen zieht ihr da? Nachher. Da sind acht Stück drin, insgesamt zehn. Zwei Wasserleitungen für die Begleitküche. Warum hat es eigentlich 28 Jahre gedauert, um hier mal eine Bierpipeline zu verlegen? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Das ist keine entscheidende Frage. Es ist einfach nur, dass eben die Brauerei vorher nicht in der Lage war, das mit uns zu umzusetzen. Und weil das auch eben zwar ein Thema ist, so bei Oktoberfest, die haben das logischerweise schon, aber das ist auch schon seit 100 Jahren gelebt da. Und wir haben dann gesagt, das muss jetzt mal passieren, eben auch um die Trucks und schweren Geräte aus dem Gelände rauszukriegen, um dieses fässergeschleppige Nerven rauszuhören. Und da haben wir dann, da hat die Decks in Auftrag gekriegt, dass sie mal zur Lösung eben zu lösen für uns ja auch. Mit Tanksystem eben auch und Schlauchleitungen und haben sie auch super umgesetzt. war natürlich medial auch der Kracher gewesen eben auch. Und seitdem ist die Bierleitung entsprechend auch tatsächlich gesetzt. Und dann los geht's. Jonas mit den Scherenhänden. Figurray 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 Inzwischen sowas sah Steffen echt scheisse aus. Ho, ho, ho. Und dann mit einer mega stumpfen Schere. Alter ist das anstrengend, alleine das zugucken. Und Thomas, wie man sieht, ist sich auch für nicht zu schade, ne? Nein! Also da greift der Chef. Natürlich als Friseur nicht eine Stunde lang als Produktionsleiter, aber immerhin. Sieht's aus? Das sieht sehr gut aus, Steffen. Ja. Also im Moment siehst du so ein bisschen aus wie Maschine. Aber ich glaube, Thomas ist ja auch noch nicht beim Feinschnitt. Damit ist Thomas heute Mitarbeiter des Stiles. Auf jeden Fall. Jetzt seht ihr fast aus wie Zwillinge. Oh, so kurz ist das? Die haben tatsächlich Ähnlichkeiten miteinander, ne? Ja. Thelis? Ja? Erklär mal, was geht hier? Wie funktioniert das hier? Das ist der scheiße Sack. Das ist ein Abwassersack. Ach so nennt man das? Aus den vier Anschlüssen kommt das Wasser von den Duschcamps, das Abwasser, wird dann über Feuerwehrschläuche in den Sack gepumpt, dann über diese lilafarbene Leitung, wieder abgesaugt, durch diese Rechenanlage geschickt. Dann läuft das in den Schacht, wo man da hinten diese kleine blaue Tüte sieht. Und von da wird das dann mit einer Pumpe in das Rohr gepumpt, das da im Hang ist. Circa 450 Meter weit, wo nochmal zwei solche Säcke liegen. Und von da wird das dann zur ordnungsgemäßen Entsorgung ins Klärwerk gefahren. 1,6 Millionen Liter Abwasser am Tag. Und wozu ist dieser komische Kasten da, der große, der Anhänger? Das ist ein Rechen, der filtert Tampons, Slip-Einlagen, Feuchttücher und alles, was so an Feststoffen ist, die die Kläranlage nicht verarbeiten kann, weil sie nicht biologischer Natur sind, raus. Weil sonst dürfen wir nicht einleiten. Also wie im richtigen Leben, keine Tampons in die Toilette und Schlip-Einlagen. Das wäre schön. 1,6 Millionen Liter am Tag bei 75.000 Menschen. Das heißt, jeder Besucher produziert 20 Liter am Tag Abwasser. Mit Duschen. Jimmy! 1,2,3 und los! Gut schaust aus! Jimmy hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Thomas an. Das fällt mir gerade auf. Ja, ich weiß. Das sind ja die kleinen Dinge im Leben, die einem Freude bereiten. Laufende Meter aus Leipzig. Du kannst jetzt mal gehen. Achso, gibt es eine englische Eierschäcke? Mich hat vorhin schon der erste angerufen, ob es Eierschäcke gibt. Schon wieder Eierschäcke. Eierschäcke. Ein Jahr ohne. Eierschäcke. Geht gar nicht. Eierschäcke. Jimmy, was für eine Frage. Wird doch Zeit. Eierschäcke. Eierschäcke. And I like it, 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 I like it. La, 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 like it. Like it. Here we go, rocking over the world. Ich glaube, es sei gequält. Ja, frühmorgens. Und ich schleppe mich hier halbtot mit dem Gerät. Wissen Sie überhaupt, was das riecht? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Aber das ist schwer. Andy! Ja. Es ist doch schön, dass das Wetter gut ist. Ja, ich finde das Wetter schon mal klasse. Und ich freue mich auch, dass ich hier mit so einem Motorgerät mal arbeiten kann. Wir sollen jetzt hier Löcher in die Erde bohren, damit wir Tische und Stühle aufstellen können. Für die Nachwelt auch geschaffene Eisentische, die halten ewig sozusagen. Ach, das wäre ein bisschen. Da hast du lebenslang Garantie drauf. Wir bohren Löcher in die Erde und jetzt decken wir die einfach rein. Und dann kommen zusätzlich noch pro Tisch zwei Stühle. Da hat er irgendwie mit seinem Bohrgerät irgendein Loch gebohrt. Harry macht die Kamera an und zack war die Stimme von Meister Röhrig da. Bis dahin hat er ganz normal geredet. Vielleicht hätten wir einen Horex-Motor einbauen sollen. Ein Horex-Motor? Boah, das ist doch so ein nüdes Gerät. Das kann doch gar nichts. Kennen Sie die Vene? Das ist mit diesen vier Motoren. Die sind nicht ganz dick. Man könnte meinen, er klingt wie Meister Röhrig. Er ist es. Die Synchronstimme in den Comics wurde von Andi Feldmann gesprochen. Coole Teile. Wahnsinn, ne? Luke auf. So, das ist der Eingang. Hier gehst du hier rein. Schambereichabdeckung schließen. Und hier zieht man ja dann am Band. Das ist für klein und groß. Hier kommen die Kleinen und können hier anfassen. Sehen Sie? Ja. Und dann zieht man hier am Band. Guck mal da. Da kommt schon Wasser raus. Vom Regen. Das war eben da. Und wie lange kann man da duschen? Bei mir zu Hause habe ich ja die Dusche entwickelt. Genau mit dem gleichen Fass. 450 Liter. Man kann 28 Minuten lang duschen. Ich glaube, das wird eine große Gaudi. Ich hoffe. Dass die Leute sich auch freuen, da dran mal am Band zu ziehen und sich abzukühlen. Das ist toll. Ein echtes Kunstwerk. Ich bedanke mich hier noch in der Firma von der Firma Universal Steel Artist für den Auftrag. Danke. Andi Feldmann. Ja. Das ist die reale Werner-Figur. Alles, was Andi früher in seinem Leben erlebt hat, als Klempner-Lehrling und so weiter und so fort, das hat sein Bruder Brösel gezeichnet. Weißt du eigentlich, dass er genauso alt ist eigentlich wie Harry fast? Aber sie sind zehn Jahre jünger aus. Was soll mir das was bedeuten, wenn einer was sappelt, der den ganzen Tag irgendwelchen Blödsinn redet? Mit Tellern in die Küche geschmissen. Warum wirft einer Teller in die Küche, wenn ihm das Essen viel bedeutet?